Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, zurück hier bei Etienne, unserem Anthropologen, zurück in Paris. Ja, und ich sage jetzt doch ausdrücklich unser Anthropologe und nicht Anthropologin, denn ich habe noch mal eine kleine Recherche vollzogen. Etienne, der ein Name, der mir als französischer Männername im Begriff ist, der wird tatsächlich ausschließlich als Männername verwendet. Insofern, und wenn ich mir das Äußere anschaue, scheint die Anzeige einfach ein Bug zu sein, dass das hier eine Frau ist. Also ignorieren wir das Ganze. Mal gucken, wie es dann mit möglicherweise Beziehungen aussieht, die dort eingegangen werden können im Spiel. Vielleicht ergibt sich da ja noch eine interessante Wendung, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, Etienne ist ein Mann und das ist hier eine etwas falsche Anzeige. Wie gesagt, wir sind immer noch im Early Access. Okay, wir gehen auf jeden Fall gleich in die nächste Expedition. Wir haben aber ein bisschen was erreicht. Wir sind in unserer Society aufgestiegen und wir haben Tickets, mit denen wir was machen können. Aber wir schauen erstmal, was wir hier eigentlich freigeschaltet haben. Wir haben hier einen Sikh Warrior, einen Sikh Krieger freigeschaltet, den wir möglicherweise auf diese Art und Weise rekrutieren können. Müssen wir mal gucken. Und Schakrams, Wurfscheiben, die wir im Kampf nutzen können. Eine kostet 8. Die wiederum können wir nur kaufen, wenn wir uns von der Gesellschaft ausstatten lassen. Aber ich glaube, den Sikh Krieger, den können wir, glaube ich, wir gehen mal in den Club Shop. Ja, den Sikh Krieger, den können wir tatsächlich jetzt für 5 Tickets anwerben. Und warum nicht, wenn wir diese Gelegenheit haben, machen wir das? Ich meinte, dann sind wir jetzt eine relativ kämpferisch gute Truppe. Aber wir machen diesen Deal. Okay, alles klar. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal wieder raus und gucken uns den guten Mann mal an, was seine Fähigkeiten sind. Und wir sehen, er hat erstmal eine Eigenschaft. Er hat Kleptomanie. Das ist natürlich ein bisschen doof. Er hat erhöhten Schaden, wenn er Nahkampfwaffen verwendet. Jetzt ist die Frage, haben wir irgendwo eine Nahkampfwaffe? Ja, die Machete, die gilt als Nahkampfwaffe. Dann könnten wir ihm, glaube ich, erstmal die Machete geben. Machen wir das mal. Rüsten wir hier ein bisschen um. Der Nebeneffekt wird natürlich auch bei ihm aktiv sein. So, dann sollte er damit erhöhten Schaden machen. Außerdem will ich noch meine verbleibenden vier Tickets nutzen, um bei der... Ja, wo eigentlich? Ja, auch hier. Ach, unsere Society ist doch die beste hier. Will ich hier so einen Tick mal heilen. Und ich werde allerdings den Alkoholismus bei Sergeant Harold Spencer heilen. Der Grund ist, das ist ein bisschen doof mit dem Alkoholismus und dem Whisky. An sich eine feine Sache, wenn man Whisky hat. Aber wir wissen nicht, ob wir bei der nächsten Expedition auch Whisky zur Auswahl bekommen als Ankaufmöglichkeit. Insofern werde ich sie ihm nehmen. Die Fouf ist auch alkoholkrank, aber die Fouf hat immerhin Loyalität 4 von 4. Das heißt, die Fouf wird noch ein Weilchen bei uns bleiben, auch wenn wir kein Alkohol haben. Also, wenn wir ihm hier das wegnehmen. Ja, Alkoholismus wollen wir entfernen. Okay, gut. Das scheint geklappt zu haben. Er ist nicht mehr Alkoholiker. Wir haben nur noch ein Ticket übrig. Das führt dazu, fällt mir gerade ein, dass wir... Ah, ich muss mal schauen. Haben wir noch die Möglichkeit, in der Bar über den Financier mit einem Ticket irgendwas zu machen? Nee, das Plus 25 Budget bekommen wir mit Minus 3. Okay, wow. Das heißt, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden, die nächste Tour zu finanzieren. Wir sind im Übrigen aber ansonsten am Maximum unserer Gruppenstärke angekommen. Wir suchen uns die nächste Expedition aus. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier Vermessungsarbeiten durchzuführen. Das ist wieder Schwierigkeit 1. Oder einen vermissten Missionar zu finden. Ja, angesichts der Tatsache, dass ich jetzt kein Extra-Budget mir gegönnt habe, scheue ich mich so ein bisschen vor dieser schwierigeren Mission. Aber wisst ihr was? Weil es hier ums Zeigen und Präsentieren geht und auch ein bisschen Spannung dabei sein soll, machen wir das mal. In der Hoffnung, dass wir es schaffen, damit wir noch die Goldene Expedition erleben können. Aber ein bisschen Risiko kann ja ruhig dabei sein. Wir suchen uns wieder einen Sponsor. Und ich bleibe jetzt mal bei unserem. Dass wir dort weitere Ränge aufsteigen, finde ich ganz attraktiv. Also starten wir die Expedition und suchen einen Missionar. Aber wie immer, bevor es losgeht, gehen wir in die Bar. Und was passiert dort? Wir, ah, Sergeant Harold Spencer fragt mich was. Und worauf ich mich am meisten freue während unserer nächsten Expedition. Ich freue mich, ja, das passt ja zu uns als Anthropologen, ich freue mich auf die exotischen Kulturen, die wir kennenlernen können. Und Spencer stimmt mit mir überein, dass man so viel lernen kann. Okay, und wir verbringen den Abend, indem wir über diese Frage philosophieren und diskutieren. Gut. Dann schauen wir mal, was wir uns hier kaufen können. Erstmal kriegen wir wieder unser Ziel, nämlich das Studieren von lokalen Stämmen. Das ist sozusagen immer, weil wir das Buch dabei haben, weil wir Anthropologe sind. Und dann gibt es quasi das zusätzliche Ziel, hier einen vermissten Missionar zu finden. Okay, dann schauen wir uns jetzt erstmal die Ausrüstung an, die wir kaufen. Platz sollten wir einigermaßen genug haben. Ja, und wir sehen, es ist diesmal kein Whisky dabei. Nein, sondern Schokolade. Und wir sehen auch, dass wir diese Chakrams kaufen können. Aber ich glaube, das können wir uns kaum leisten. Wir müssen uns jetzt wirklich auf das Wesentliche beschränken. Ich werde mal, eigentlich müsste ich alles für Schokolade ausgeben. Das ist wirklich deutlich anders als beim Vorgänger. Man kann hier nicht einfach das Geld der letzten Expedition mitnehmen für die nächste, sondern man muss eben mit diesen Beschränkungen der Finanzierung auskommen. So. Ja, Erste-Hilfe-Kit, nehmen wir es mit. Das wäre auch irgendwas. Wir bräuchten vielleicht auch irgendwas. Also Climbing-Gear ist gerade vergünstigt. Da werde ich auf jeden Fall was kaufen. Was nehmen wir dann? Nehmen wir noch einen Erste-Hilfe-Kit mit rein. Und dann nochmal Schokolade. Oder eine Schaufel. Schaufel und Fackel. Ach, das ist wirklich schwer zu entscheiden. Fackeln sind auch nicht schlecht. Hier gibt es auch die Eigenschaft Light-View-Distance 100%. Das ist insofern interessant. Bin mir gar nicht so sicher, wann das auf der Map relevant wird. Gibt es vielleicht auch dunkle Kartenabschnitte? Ich weiß es nicht. Hm. Naja, nehmen wir die Schokolade noch mit. Eng gestrickt, diese Expedition. Dann auch noch schwieriger als bisher. Ich bin gespannt, ob wir bestehen werden. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Wasser wir im Probe können. Sie haben sehr viel Platz hier. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann nehmen wir mal. Es wäre irgendwie noch komfortabler, wenn man irgendwie einfach bestimmen könnte, wie viel Wasser man mitnimmt. Aber Wasser können wir immer wieder loswerden. Ich nehme mal relativ viel mit und wir beginnen die Expedition. Und da sind wir am Strand und wir treffen sofort eine Gruppe von bewaffneten Ureinwohnern. Das führt dazu, dass unsere kulturelle Aufgabe, anthropologische Aufgabe, auch schon erfüllt ist. Zumindest eine davon. Okay. Sie haben unser Schiff gesehen und warten, haben unsere Ankunft abgewartet. Ähm, aha. Sie warnen mich, dass der Missionar, den wir suchen, die lokalen Götter verärgert hat. Und dass er zu einem lokalen Tempel genommen wurde. Okay. Um ihn zu opfern. Ach du Schreck. Und sie warnen mich, dass ich mich hier benehmen soll, anders als der Missionar. Ansonsten gibt es Ärger. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine limitierte Aufgabe. Wir müssen in einem bestimmten Zeitrahmen diesen Missionar finden. Ach du Schreck. Das macht die Sache schwieriger, vor allem auch unsere anthropologischen Studien zu betreiben. Wird vermutlich kaum möglich sein, wenn wir uns darauf konzentrieren. Jetzt ist die Frage. Wir können wieder nur eine Sache von Ihnen erfragen. Wir könnten hier Ihren Trade kennenlernen. Wir könnten aber auch den Standort des Dorfes erfahren. Was ich auch für ganz gut eigentlich halte. Wobei die würde vielleicht sowieso finden. Aber wenn Zeit kritisch ist, wisst ihr was? Wir fragen mal nach dem Standort des Dorfes. Okay. Karte. Wurde aktualisiert. Da unten scheint der Standort des Ortes zu sein. Na gut. Hätten wir vielleicht auch so gefunden. War jetzt vielleicht nicht hundertprozentig nötig. So. Wie ist das? Wird uns hier angezeigt? Wir sollen retten, bevor er geopfert wird. Ja, aber wann? Wir wissen nicht, wann es ist. Gibt es noch ein Zeitlimit? Im Moment sehe ich es nicht. Hier haben wir nochmal Ureinwohner, die wir treffen können. Und wir haben einen dichten Dschungel. Gott sei Dank haben wir die Machete mit dabei. Ich denke, wie groß ist denn die Insel eigentlich? Aha, sie ist so südlich lang gestreckt. Das heißt, wir können uns eigentlich guten Gewissens hier erstmal hin bewegen. Vielleicht treffen wir ja diese Ureinwohner und können doch noch mit ihnen ein bisschen sprechen und unsere anthropologischen Studien fortsetzen. Also reisen wir erstmal hier hin als nächstes. Ja, und treffen mit ihnen zusammen wieder am Strand. Okay. Okay, wir müssen tatsächlich, wir haben sie angesprochen, ob wir Informationen bekommen. Und ja, wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her sind sie einverstanden. Allerdings nur, wenn wir ihnen irgendwas geben. Wasser werden sie vermutlich nicht haben wollen. Ja, wir haben, das Problem ist, wir haben nicht viel. Reicht einmal Schokolade? Nein. Das ist natürlich doof. Wasser bringt überhaupt nichts. Ach Gott, Leute. Also wertvolle Schokolade aufgeben für diese Aktion. Zwei Schokolade einsetzen. Nee, das mache ich nicht. Dann eben nicht. Pech gehabt. Dann lasst uns jetzt erstmal zu dem Dorf reisen. Oder? Nee, wir machen das alles. Wir reisen hier ins Landesintere. Vielleicht kommen wir von hier auch zum Dorf. Wir sind vor allem jetzt an der Erkundung interessiert. Wir müssen, wir haben ja offenbar hier ein Zeitlimit. Das mir aber immer noch nicht angezeigt wird. Vielleicht müssen wir erstmal das Dorf besuchen und dann erzählen die uns mehr. Oder vielleicht hätten die uns eben auch mehr erzählen können. War es möglicherweise ein Fehler? So geizig zu sein. So, wir sehen einiges. Wir sehen dort ein Fragezeichen. Wir haben 55. Wir können nicht, im Moment zumindest nicht. Aber hier geht es doch rüber, Leute. Und hier haben wir aber wieder diese blöden Pflanzen. Wisst ihr was? Wir laufen erstmal hier hin. Ich bin mir sicher, dass wir von der Seite auch ans Dorf kommen. Und jetzt geht die Loyalität schon runter, weil wir kein Whisky haben. Besuchen wir jetzt erstmal das Dorf. Sehr schön. Das hat uns rumgebracht, Gott sei Dank, weil wir das Dorf gefunden haben. Obwohl das eigentlich für die Studien irrelevant ist. Ist... Na gut. Okay. Schauen wir mal. Du hattest jetzt mehr über den Missionar erfahren. Ja, das ist schon wieder die Kuh, die uns abschleckert. Okay, wir können für drei mit dem Anführer uns treffen. Wir gucken mal, was sie zum Handel haben. Ein Speer. Rote Beeren für fünf. Ja, wir haben nach wie vor nichts. Die Frage ist, ob man die Rote Beeren einhandelt. Sie bringen fünf für fünf. Zehn für zehn. Nee, das bringt nichts. Das ist Unsinn. Ja, nee. Wisst ihr was? Wir werden trotzdem hier übernachten. Das wird unsere Reputation weiter reduzieren. Ist uns aber in diesem Fall, glaube ich, eher egal. Wir gewinnen ein bisschen an geistige Gesundheit und erfüllen unseren anthropologischen Auftrag. Und ansonsten interessieren uns die nicht weiter. Ich hoffe, sie werden bald minus vier nicht gleich feindlich werden. Schauen wir mal. Okay, also der Stamm zölibliert gerade ein Initiationsritus für die jungen Männer. Okay, die müssen irgendein Ritual durchführen. Okay, und sie fordern mich auf. Scarification. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie ein Angstritual? Keine Ahnung, was die hier genau machen wollen. Auf jeden Fall fordern sie uns auf, dass wir uns ebenso beweisen sollen. Dabei, wir können daran teilhaben. Wir brauchen einen erfolgreichen roten Würfel. Das müsste eigentlich machbar sein. Wir machen das mal. Wir nehmen teil. Jawohl. Ich habe also ihre Herausforderung gemeistert. Ja, plus zwei. Sehr schön. Und nun behandeln sie mich als einen der ihrigen. Hervorragend. So, damit ist die Gefahr der Feindschaft durch diesen Stamm eigentlich beseitigt. Wir werden minus zwei Reputation wieder bekommen, denke ich. Auf jeden Fall kriegen wir ordentlich geistige Gesundheit wieder zurück. Natürlich ist jetzt viel Zeit vergangen, das muss man auch so sagen. Verlassen wir jetzt den Ort. Ah, wir fühlen uns aber verfolgt. Ja, 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 genau. Das kommt durch diese Feindschaft. Hm, na gut. Okay. Trotzdem, den Missionar haben wir immer noch nicht gefunden. Beziehungsweise nur nicht mal eine Ahnung, wo er sein könnte. Wir reisen jetzt dorthin, auch wenn dort diese komischen Pflanzen erscheinen werden. Immerhin, wir haben wieder 60. Wir fühlen uns zu Erfolg. Das verfolgt. Das wird noch ein Weitchen an dauern. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein, oh, ein Meteoriteneinschlag können wir untersuchen. Interessant. Und hier ist außerdem ein, was haben wir hier? Hier hin, zwei hin. Aber mit denen sollten wir fertig werden, mit unserer Truppe. Aber untersuchen wir jetzt erstmal den Meteoriteneinschlag. Aha. Okay, die Bruchstücke, die rauchen noch. Das scheint relativ frisch gewesen zu sein. Ich spüre, dass etwas Wertvolles dort gefunden werden könnte. Aber die Suche ist mit Gefahren verbunden. Und hier stehen die Chancen ehrlich gesagt nicht sonderlich gut. Ich werde das nicht tun. Ich werde das jetzt hier nicht riskieren. Wir hätten vielleicht irgendwie einen Trank haben müssen, um das zu machen zu können. Okay, jetzt ist die blöde Frage. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes verborgen? Oder wird der Missionar weiter im Süden sein? Wir könnten einen kleinen Abstecher hierhin machen, um zu sehen, was dort ist. Kostet uns elf und natürlich auch einige Tage auch noch. 42 haben wir insgesamt schon verbraucht. Schwierige Entscheidung. Ich tendiere mal dazu zu riskieren, dort nicht hinzugehen, sondern weiter südwärts vielleicht in Richtung... Hier kommen wir eh nicht vorbei. Dann werden wir uns erst einmal dorthin begeben. Oder vielleicht sogar schon hierhin, um hier dann mal die weitere Umgebung zu checken. So, 33 Geistige Gesundheit. Gleich ist Schokolade dran. Okay, das ist hier ziemlich schwierig zu erreichen, muss man dazu sagen. Klettern müssen wir ein bisschen. Ah, das Inselinnere sind hier unangenehme Hochebenen. Okay, wir essen jetzt Schokolade. Sind wir bei 46. Wir brauchen 15, um dorthin zu kommen. Wir haben keine Fackel, falls das eine Höhle sein sollte. Unangenehm im Moment die Situation. Ich habe schon so ein bisschen Angst um den Missionar. Da finden wir allerdings, was an der Hand ist. Und was haben wir hier? Ah, sehr schön. Ein Wasserfall. Das ist doch erfreulich. Da ist ein Händler. Ja, die Frage ist... Ich glaube, wir müssen aber rasten, weil unsere Geistige Gesundheit ist doch schon sehr, sehr gering. Und um jetzt den Rest zu erkunden, brauchen wir jetzt diese Rasten, meines Erachtens. Auch wenn natürlich wertvolle Zeit vergeht. Water benötigen nicht Wasser. Also lasst uns rasten. Wir finden uns hier beim Lager ein. Und ich sehe gerade, wie Harbius Singh und Sergeant Harold Spencer miteinander sprechen. Und sie erzählen, unterhalten sich über ihre Kindheitserinnerungen. Erinnern sich daran, was sie in schlimmen Zeiten beide gemocht haben. Sehr schön. Die sind... Die verlieben sich gleich. Muss es eigentlich gleich Liebe sein? Kann es nicht erst auf Freundschaft sein? Wie auch immer. Okay, alles klar. Auf jeden Fall verbringen wir hier eine angenehme Nacht. Verbrauchen natürlich weitere Tage. Sind aber bei 71. Geistige Gesundheit. Verlassen jetzt den Ort. Damen und Händler. Aber ich denke, zuerst müssen wir auf jeden Fall diese Insel hier besuchen. Aha, eine Steinstatue. Das hilft uns jetzt eher wenig. Okay, einmal Climbing Gear haben wir noch. Wie ist das? Wir sind immer noch verfolgt. Warte mal. Und zwar... Noch etwas Zeit. Ich frage mich deshalb, weil ich gerne eigentlich diese Statue plütteln würde. Aber ich glaube, wenn wir verfolgt werden, werden wir auch beobachtet. Und dann ist das vielleicht keine so gute Idee. Auf jeden Fall haben wir eine heilige Stätte besucht und wieder zwölf Ruhm bekommen dadurch. Also, das klappt ganz gut, dass wir nebenbei Ruhm erhalten. Wir schauen uns zumindest an, was hier rumliegt. Ja, das ist jetzt auch nicht so toll. Bolas sind ganz gut im Kampf. Nicht schlecht. Aber ich denke, wir riskieren jetzt erstmal hier nichts. Wir werden allerdings auch nichts hier liegen lassen, sondern weiterreisen. 23 benötigen wir. Hier nochmal Kletterausrüstung. Und noch immer keine Spur vom Missionar. Aber immerhin einiges an Ruhm jetzt hier schon bekommen durch unsere Studien. Ja, die Loyalität ist jetzt bei 2 von 4. Das könnte jetzt noch zum Problem werden. Das könnte echt noch zum Problem werden. Wir müssen unbedingt hier den Alkoholismus austreiben. Wenn wir zurückkommen. So. Okay. Wir haben hier wieder einen Steinkreis. An Steinkreisen können wir... Ja, schaut mal. Ruinen freilegen. Unter anderem. Und das könnte schon das Ziel sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier der Missionar gefangen gehalten wird. Denn er soll ja geopfert werden in irgendwie so einem Tempel. Und das könnte das doch absolut sein, oder? Wir essen mal Schokolade und gehen mal dorthin. In der Hoffnung, dass wir ihn dort finden werden. So, wir sind eigentlich gut dabei. Schauen wir uns den Schrein an. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Es wird schon drin gesungen. Sie sind offenbar gerade dabei bei der Opferung. Wir betreten den Schrein und treffen hier Stammesmitglieder. Es sind bewaffnete Stammesmitglieder, die von ihrem Priester angeführt werden. Ja, tatsächlich. Und hinter ihnen, auf dem Altar, sehen wir den Missionar. Okay, wir können sie überreden, aber wir haben keine Chance. Unsere Fähigkeiten zeigen uns ganz eindeutig, dass wir das nicht hinkriegen werden. Insofern müssen wir jetzt angreifen. Wir müssen tatsächlich mit Gewalt diesen Missionar befreien. Wer hätte das gedacht? Also, greifen wir an, versuchen wir es. Es war nicht die Zeit, also wir konnten nicht die Zeit mit Diplomatie verschwenden. Wir greifen zu den Waffen. So, und jetzt gucken wir mal, was sie können. Leider stehen hier so tief, dass wir ihre Eigenschaftssymbole hier nicht sehen können. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen buggy. Auch hier, schaut mal, wir stehen ja eigentlich viel zu tief. Das ist noch so ein bisschen dem Earl Access geschuldet. Gut, nun gut. Insofern weiß ich gar nicht, wie können wir dann unsere Leute hier eigentlich auswählen. Also, das ist definitiv jetzt nicht ganz korrekt, so wie es sein sollte. Wir gucken aber mal, was sie können. Ich hoffe, Flurry. Okay. Drei zufällige Feinde. Wie heißt das? Der kann mit einem Angriff drei Feinde mit zehn Schaden erreichen. Das wäre ja der Hammer. 20 Schaden. Oh mein Gott. Die sind echt gefährlich. Der kann noch ein Ritual der Schwäche durchführen. Oh mein Gott. Das ist hart, Leute. Und wir würfeln auch noch. Erbärmlich. Ob wir das überhaupt hinbekommen. Wir können einen Aimed Shot machen. Ich bin mir nicht sicher, was der Vorteil eines Aimed Shots ist. Er hat hier nur Damage 4. Das ist eigentlich schlechter als der andere Damage. Macheten Hack ist auch erbärmlich. Und das ist ja richtig übel gelaufen, Leute. Auf wen fokussieren wir uns erstmal? Ich würde sagen, mal auf den. Also, wenn der wirklich drei zufällige Ziele treffen kann, finde ich das mega stark. Okay, aber was wir hier an Schaden raushauen, ist echt erbärmlich. Das wird auch noch gewürfelt. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser. Naja. Immerhin, wir können ihn verwundbar machen. Das hätte uns vorher geholfen. Und Blutung können wir hinkriegen. Und das ist echt nur Heilung, die uns im Moment noch gar nicht nützt. Egal. Wir machen es jetzt mal. Fokussieren wir uns dann weiter auf ihn. Okay, 18 und Blutung. Aber die werden voll ihren Schaden durchhauen können. Ob das gelingt? Ob wir diesen Kampf gewinnen können? Heilung bringt gar nichts, weil wir noch nicht verletzt sind. Insofern können wir auch die Runde beenden. Oh mein Gott. 20 Schaden. Oh, das ist der Hammer. Wiegt es auf unseren Esel? Und Flurry? Krass. Echt 30 Schaden haut der Typ raus. Ist ja Wahnsinn. Aber den werden wir jetzt erledigen. Definitiv. Dann werden wir einigermaßen gut betreuen. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Also wir haben, haben wir irgendeinen Debuff hier? Wir haben 0 Debuff. Das heißt, wir müssen den Schaden jetzt so gut wie möglich verteilen. 6 11 5 6 6 und 5 sind 11. Das bringt auch nicht viel. Und hier haben wir nochmal 5. Dann machen wir es jetzt so. Das wir das, dass wir den jetzt erst mal rausnehmen. Okay, und dann uns den nächsten vornehmen. Welcher wird das sein? Ach, der hat auch Flurry als nächste Aktion. Das ist ja echt heftig. So, fünf Schaden nochmal rausgehauen und hier sechs Schaden. Jetzt fehlen die Sounds. Wir würfeln nochmal. Hoffen, dass wir irgendwas Cooles bekommen. Ja, wir kriegen nochmal ein bisschen Schaden raus. Aber unser Esel ist geschwächt, deswegen wird das nicht ganz so viel. Das Gute ist, wenn wir diesen Kampf gewonnen haben, dürfte die Mission auch bestanden sein. Insofern brauchen wir uns über das Danach jetzt nicht so riesige Gedanken zu machen. Die Frage ist, ob alle überleben. Das wäre schon schön. So, jetzt gibt es nochmal Weakness. Schwachheit auf unseren Sergeant und nochmal 30 Schaden, der rausgehauen wird. Oh mein Gott, aber jetzt... Offenbar macht er wirklich nur seine Rituale. Der kämpft offenbar selber nicht. Das ist zwar doof, aber... Also, das ist zwar... Die Rituale sind zwar doof, aber in der Sache ganz gut. Und wir können auch heilen. Jetzt, das sollten wir vielleicht mal machen. Ja, es hilft nichts. Wir müssen jetzt einfach erstmal versuchen, so viel wie möglich Schaden zu machen. Aber viel ist das nicht, was wir jetzt hier raushauen können. Ich hoffe, durch den nächsten Würfelwurf gelingt uns noch ein bisschen was. Wer hat jetzt den meisten Schaden bekommen? Hm, 50, 65, 50, 65. Hier sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Machen wir nochmal eine Heilung jetzt auf ihn hier. Okay, 8 Schadenspunkte und Würfel nochmal. Mhm, zweimal noch. Der hat immer eine Stun Chance jetzt. Und tötet ihn allerdings auch. Sehr hervorragend. Okay, das macht mich jetzt optimistisch, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Denn der scheint keinen Schaden zu machen, sondern nur... Ah, doch, ein bisschen Schaden macht er. 5 habe ich jetzt gerade gesehen. Aber das wird uns jetzt hier nicht mehr aus der Bahn werfen. Das ist erfreulich. Also, auf geht's. Jetzt blutet er. Okay, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Gut, der Esel darf nochmal. Wird aber nicht genügen. Das heißt, er wird nochmal zaubern, nochmal 5 Schaden machen. Aber das bringt uns jetzt nicht mehr hin. Und das war's. Der Kampf ist gewonnen. Eine blutige Sache war's auf jeden Fall. Ja, und wir rennen zur Hilfe des Missionars und können ihn retten. Da oben ist er zu sehen. Auch das erstmal nur vorläufig. Ihr seht es. Wir sehen aber ganz schön geschwächt hier aus. Er dankt uns. Wir eskortieren ihn zurück zum Schiff und in die Sicherheit von Paris. Alles klar. Sehr schön. Damit ist die Mission überstanden. Und wir bekommen wieder ein paar Expo-Tickets hier. Das bringen wir mit an übrig gebliebenen Zeug. Das hilft uns alles beim Aufstieg hier in unserer Gesellschaft. Aber wir haben noch nicht Rang 3 erreicht. 5 Tickets bekommen. So. Eine zweite Aktion in der Anführerhütte. Reduzierte Chancen, Kampf auszulösen. Oder amphibisches Bewegen von Level 1 auf Level 2. Diese Akku-Stuff finde ich ganz gut. Die Akku-Chance. Das nehmen wir mal mit. Gut. Sehr schön. Alles klar. Wir haben wieder 5 Tickets. Bevor ich das vergesse, werde ich mal das sofort jetzt hier machen. Und diese 3 Tickets ausgeben. Um bei Defoe auch den Alkoholismus zu heilen. Das ist wirklich nervig. Wie weit ist sie runter? 3 von 4. Das ist doch okay. Ich glaube, bei jeder erfolgreichen Mission geht die Loyalität auch hoch. Insofern sind wir da sehr gut im grünen Bereich. So wie es aussieht. Gut. Ja, liebe Leute. Das wäre es dann erstmal für dieses Mal. Wir werden das nächste Mal jetzt die erste Story-Mission angehen. Das auch ein neues Prinzip hier bei Cruise Expedition 2. Das ist eine Geschichte gibt, die ein roter Faden jetzt sich hier durchzieht. Und Akt 1 werden wir das nächste Mal gemeinsam erleben. Bis dahin macht's gut. Und ich dann nehmі. Und das zweite Mal. Und das bleibt euer Steinbein. Und was teint.